Zeig mir deine Ware. Stärke 40 bräuchte ich dafür. Puh. Stärke 26. Schädelspalter. Aha. Stärke 40 bräuchte ich. Stärke 68 bräuchte. Stärke 40 bräuchte ich, und es bräuchte ich wieder. Dann knall re�َ Stärke 50 bräuchte ich. Sf. Ich hab auf jeden Fall genug. So, ich guck mal dem die die Muscheln an. Wer sagt's denn? Ah, okay. Eine Perle. Nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Nichts. So, so dich jetzt auf Broga. Wo muss ich denn her? Dann krieg ich das Geld hier wieder. Na, ich muss jetzt mit Broga, ne? Ja, muss ich. Okay, dann komm. Kämpf mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs, sie respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch! Okay. Ja, mal sehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Naja, komm. Alles klar. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Geja? Ja... Hey. Ja... Ja... Ja, ja. Ja! Du hast doch nichts, dein... Oh, Mann. Das ist ja ganz schön heftig hier mit dem Bro-Guy. Mann, Mann. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Mann, Mann. Schau! 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 Oh! Das war's für heute. Halt! 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 Ja! Ja! Halt! 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 ! Hi! Ja! Ja! Oh, oh, oh. Ja! 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 Hey! Ha! Ah! Ya! Ha! Ha! Ja! Ah! Oof! Hey! Go! Hey! Ah! Go! Hey! Hey! Oh! Hey! Ja! Hey! Du Drecksau hast mich besiegt! Mach nicht so einen Wind! Ich bin eben der bessere Kämpfer! Das wird dir noch leid tun. Wart's nur ab. Okay. So, wer ist jetzt der Boss hier, Großmaul? Gut, du hast mich in der Hand. Ich werde die Füße stillhalten, wenn du mich nicht verrätst. Aber das hat ein Nachspiel. Das hoffe ich. Verschwinde! Sam wird wieder jagen gehen. Ah, du Mistkerl. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Na gut, ich werde ihn nicht daran hindern. Noch nicht. Ich habe dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe gewusst, dass du das Ding haben willst. Aber dass du so weit gehen würdest, Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das! Oh, je. So. Mal eben. Wow, du hast Broga tatsächlich besiegt. Das hätte ich nicht gedacht. Kinderspiel. Ja, ja. Hier ist dein Gewinn. Aber pass bloß auf, Junge. Das wird Broga nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. So. So, dann 500 Gold. Machen wir mal eine Runde Pennen, wahr? Bis zum nächsten Mal.